Die Geschichte der Menschheit ist eine Geschichte der Innovationen. Ihren Anfang fand diese Geschichte mit einer zündenden Idee, dem Faustkeil. Seitdem jagt eine Erfindung die nächste. Ohne Druckerpresse keine Massenmedien, ohne Glühbirne kein Smart Home, ohne Variolation keine modernen Impfstoffe, ohne Papiergeld keine Kryptowährung, ohne elektronische Datenverarbeitung kein Internet. Mit Cloud Computing wurde nun eine weitere revolutionäre Technologie als Enabler für Fortschritt und Innovation geschaffen, die es jetzt für den Menschen nutzbar zu machen gilt. Genau dieser Challenge hat sich die Commerzbank gestellt. Zusammen mit Accenture, einem der ganz großen Player im Bereich 360-Grad-Beratung für Tech und Strategie, wurde die Mammutaufgabe gelöst, Online-Banking mit Cloud Computing zu verbinden. Wie das läuft? Ganz einfach. Multikanal-Plattform Goes Public Cloud. Als eine der ersten großen Universalbanken weltweit und Frontrunner in der Finanzindustrie bringt die Commerzbank ihre zentrale Multikanal-Plattform mit vielen digitalen Services in die Public Cloud. Mit dabei das Privatkundenportal, das Firmenkundenportal und das Beraterportal für die Filialmitarbeiter. Ein Meilenstein für die Commerzbank-Unternehmensstrategie und Leuchtturmprojekt innerhalb Europas. Die innovative Cloud-Lösung bringt dabei nicht nur enorme Effizienzgewinne, sondern katapultiert die Multikanal-Plattform mit einem Quantensprung in die Zukunft. Ergebnis? Ein deutlich verbessertes Handling der Commerzbank-Services und ganz neue technologische Möglichkeiten durch gesteigerte Produktivität, Agilität und Skalierbarkeit. Klarer Fokus der Kunde. Und hier kommt die Innovation zum Tragen. Die Cloud-Lösung der Commerzbank ermöglicht ganz neue, flexiblere, sichere und schnellere Arbeitsansätze. Zusätzliche Server werden beispielsweise nicht mehr extra geordert, sondern einfach via Mausklick hinzugefügt. So können den Kunden neue Features durch agile Release- und Deployment-Prozesse und Automation viel schneller zur Verfügung gestellt werden. Und das bei weiterhin höchster Qualität. Die Cloud läuft dafür in mehreren Rechenzentren, ausschließlich im EU-Raum und garantiert dadurch ein Optimum an Ausfallsicherheit, Produktionsstabilität und Datenschutz. Und ganz wichtig, Nachhaltigkeit. Der CO2-Verbrauch geht durch die Verwendung von größtenteils grünem Strom sowie moderner und stromsparender Kühlung der Rechenzentren signifikant nach unten. Multikanal-Plattform goes Public Cloud. Ein Projekt, auf das wir echt stolz sind und das uns extrem viel Spaß gemacht hat. Remote, digital, agil, total menschlich und verdammt erfolgreich. Also Mission Accomplished. Und wir arbeiten bereits an der nächsten Cloud Innovation.